der cooter shader ist auch irgendwie der einzige shader den man mit die x-story aufnehmen kann wieso habe ich das auch gerade reingemacht dagegen ja damals auch funktioniert hat aber es ist jetzt nicht für eine konstante solide aufnahme ist es jetzt nicht nee das ist gerade bei drei schon wieder mal 25 dann wieder mal drei das wechselt dauernd hin und her also beim an schütte zögern die kisten runter tun aber ich habe sie nicht musst du aber habe ich so habe ich so ja ich habe es gestopft werden das nicht hatten wir die nicht andersrum die küsse dann ist schon so richtig noch nicht ich habe es noch extra umgebaut das ist doch aber ich bin dann ist es besser aus weil dann steht die nicht dann hängt die nicht so in der luft die hängt gleich nicht mehr war hast du eine stein treppe so dabei so auch kommen schon stein treppe den alten trick ich mache hier mal vier stück geholt ist ja vier stück macht er direkt naja ich mache es jetzt wir gehen jetzt mal los wir gehen jetzt mal hoch kommen wir jetzt jetzt wissen jeden scheiß willst du jetzt steht da nichts mehr auf bist du bist dahinten das ding was was muss man doch jetzt passt doch was willst du denn ja ist okay so sieht es aus am ende ja da hätte ich jetzt trotzdem anders gemacht dann brauche ich gerade mal auf damit da steht damit ich habe es nicht vergessen toll baue halt den hopper ab weiste jetzt soll das habe ich dabei ist gut also ein rest und verstärker der kommt dahin aua wieso ist das ist doch alles verpackt so wenn es da was drin ist der andere wird transportiert jetzt komme ich nicht mehr raus hätte ich alles gut jetzt ist alles fertig gut also die beiden sind jetzt fertig da kommen dann da noch einer hin also drei auf der seite und drei auf der anderen seite und hier kommen da kisten hin und auch gott also jeden fall zu viele ich weiß noch nicht das vielleicht baue ich auch noch so eine automatische beschleunigte öfen ding wo dann mehrere öfen gleichzeitig braten aber ich weiß nicht ob wir das machen so geht es ja auch man muss nur dann hier stehen also in der nähe sein möchte man da ist ja dann gut was machst du gerade ich will die küssen und dort waren am besten unten hinstellen sonst muss es doch mal laufen ich hatte eine kisten hat hier die hat das ja verbaut ich habe auch werkbänke die kann man irgendwo hinstellen ich würde sagen die ganzen erde kisten machen wir zusammen ja gestern sie gar nicht da von hier die sehe ich gar nicht wir sind so weit weg dann wird die bauerstelle langsamer hier weg da kann man ja auch mal was bauen als wir den rasen vielleicht weiß nicht was mir immer irgendwo irgendwas muss hier hin aber ich weiß nicht wir wollten hier noch so einen turm bauen dass man ins schwimmbecken reinspringen kann ich weiß nicht wo wir das nicht stehen erde erde keine erde die küste die küste die küste ja warte ich muss das mal entfernen du hast doch eine küste aufgenommen hä was soll ich doch die küste geben ja danke schön ich baue die küste hier ab warte mal warte mal das war jetzt ein bisschen taktisch umgelegt wieso machst du das denn hier oben ich mache erstmal die erste erde küste ich muss erstmal den inventar leeren also alles in rucksack rein kiste abbauen die erdenkisten macht man dann am besten zusammen würde ich sagen ja erstmal den inventar leeren machen tue ich noch so ein bisschen was in meinen endertest dass ich nicht alles irgendwo rumliegen habe das essen lasse ich mal da so dann kann ich mal im inventar leeren so den rucksack ich hätte mir neuen rucksack machen sollen da gar auch gar das ist das viel also ich würde sagen die erdenkisten die können wir eigentlich hier hin machen oder ich wollte noch mal hin in die ecke irgendwo ganz weit weg Warte mal, ey, ich hole jetzt erst mal eine Erdeküste. Achso, ich muss mein Inventar holen. Mein Inventar muss ja dann auch wieder kommen. Das ist dein Inventar. Die Frage ist eher, wie hoch willst du das dann lieber? Wo macht man das? Ich komme. Warte doch mal. Ich muss schon nochmal Inventar liegen. Ja, jetzt habe ich meinen Rucksack weggetan. Echt gut. Ah. Gibt es da nicht irgendwie eine... Achso, warte mal. So. So geht schneller. Ich schmeiße es doch weg, Mann. Ach, komm schon. Wieso geht das nicht? So. Nee, komm. Kann ich da nicht noch mehr mitnehmen? Ich hatte einen Rucksack, kann ich noch mehr mitnehmen, oder? Ja, aber ich will jetzt nicht noch mehr craften. Nee, ich meine, dass ich jetzt noch mein Inventar voll Erde mache. Na, egal. Ich komme. Ja, gut. Ich kann ja mehr rennen. Das dauert so. Das dauert so. Das ist ja nicht mehr. Dann bauen wir die hinten. Hier hinten so in die Ecke. Jetzt habe ich meine Spitzhacke natürlich weggelegt. Das ist echt gut. Ah, ist blöd. Egal, ich komme nicht mehr wieder. Da habe ich den Fahrstuhl gebaut. Wo habe ich sie hier? Jetzt war auch dein Änderrucksack, hast du auch hier oben hingelegt. Wenn du einfach nur hin und herläufst. So. Jetzt haben wir schon mal die Änderrucksack hier unten. Also. Hier hin und in die Ecke. Also hier nicht. Dann kommt hier eine Kiste hin. Also hier. Dann da nicht. Und dann hier. Luft stellen. Nein, da kommen so Stützen drunter. Da oben dahin. Stütze dich doch auf den Boden und dann halt so. Nein, das finde ich, sieht scheiße aus. Da oben hin. Da oben hin. Ja, jetzt warte doch mal. Da oben hin. Kriegt man ihn noch nicht auf, weil da oben noch Blöcke sind. Ja, gut. Komm die da halt dann noch weg. Oder wieder. Ich weiß, ich schlafe einmal hin und zurück und habe kein Essen mehr. Das gibt es dann nicht. Wie viel Essen der Typ braucht. So. Das meine ich eigentlich schon wieder. Alles drin. Erde 1 und 2. Müssen wir dann noch ein Schild hinschreiben. Das muss da nicht erst mal hin. Das ist doch nicht mal fertig. Da ist noch nicht mal da richtig gestein in der Wand. Da war es dann. Wieso sagt mein Handy ständig GPS wird gesucht? Wenn ich das anmache. Wenn ich das anmache. Ach, guck mal hier unten. Da hängt Patrick an der Wand und der Wüßer und... Hä, das stimmt doch gar nicht. Hängst du und ich an der Wand. Ja, wir müssen die mal mit Bibliocraft machen. Also ich habe meinen Rucksack schon wieder gefüllt. Da erstellt Marcel mal ein Ressource-Pack für Bibliocraft und dann machen wir das mal. Aber ich bin zu weit hochgelaufen, kann das sein. Warum ist das nicht der Fahrstuhl? Der Achte ist zu weit weg. Der ist schneller als... Ich komme schon wieder zurück. Geile Mucke. Geile Mucke. So, dann da runter. Yo. Und schon wieder kein Hunger mehr. Das kann es doch nicht sein. Dann kommt eigentlich hier in die Wand auch. Ja, drei Kisten kann man mitnehmen. Schmeiße doch weg, ja, ganz im Ernst. So, ist wieder voll. Es geht sehr schnell, die Kisten umzufüllen, muss ich sagen. Wenn man weiß, wie es geht. Ja, ich mache jetzt noch was in die Ender-Chests rein. Wenn ich mal alles rein, minderwertig. Wie man schnell die Kisten raus, also aus dem Rucksack raus und dann in die Kiste wieder rein und so. Wie, wie, dass man es halt ganz schnell macht. Das geht sehr schnell. Ja, vor allem mit Inventory-Tweaks. Ne, nicht mit Inventory-Tweaks, das war nur da Minecraft. Geht das sehr schnell. Ich brauche vielleicht zwei, drei Sekunden, um die Kiste zu entleeren. Mach nur die Kiste, wenn du hältst, die Leertaste gedrückt, oder? Nein. Nichts mit Leertaste. Jetzt, Mann, was macht dieses Scheiß hier? Ich stoße auch. Sau, jetzt hat das gerade. Achso, dann nehme ich die andere Kiste da auch noch kaputt. Ich habe die Kisten sowieso vergessen. Ne, warte, die Kiste da abbauen. Am schnellsten ist sowieso, wenn du die Kisten erst abbaust und dann die Sache rein tust. Also, wenn ich jetzt die Kisten befülle, dann tue ich erst mal alles aus dem Rucksack raus. Also raus, komplett aus dem Inventar raus. Dann tue ich in die Kiste reingucken und tue es dann auch von der Kiste reinziehen mit Shift und Klick. Du musst einen Stack in der Hand halten, Shift und Klick. Ich werde mein Essen noch mitnehmen sollen. Ich sterbe gleich. Also, noch nicht, aber... Ich habe halt einfach Leertaste gedrückt, drückt drauf, die nimmt alles aus der Kiste raus, direkt. Ja, das habe ich immer mit der Kritik, oder? Wo kommen die nächsten Kisten eigentlich hin? Warte mal. Habe ich ja was zu essen drin, außer die Kartoffel, die mich hier drückt. Ich glaube, die Erde müsste noch mal verbrennen. Nein. Irgendwie müssen wir das Hotel ja beheizen. Wenn nicht mit Erde. Dann halt mit Kohle. Haben wir zu wenig. Bitte? Haben wir zu wenig. Warte, dann ist denn hier ein Abstand. Wenn ihr über unsere Knode Club halt diskutieren wollt, da ist der Hashtag. Was wird das denn jetzt? Das ist aber unerwartet. Ausstein. Ja, ich habe jetzt nichts anderes. Ausstein. So, dann mache ich das so, ich schmeiße die Kiste da raus, schmeiße es da raus, dann befülle ich das. So, voll. So schnell geht das. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück haben wir jetzt schon. 7, 8 dann noch, oder? Ja, 7 und dann noch. Ah, ja gut, okay. Dann machen wir hier hinten die 8, das war doch jeder, 6 mal. Den 9, 10 Kisten, dann noch Erde und dann ist es voll, dann reicht es, da kann man es auch schmeißen. 10 Kisten machen wir voll, dann schmeißen wir den Lastblick. Noch ein, ja. Man weiß nie wann man mal oben ist und wann man nicht oben ist. Doch, immer bei der zweiten Leiter, die rechts ist. Also, wenn die zweite Leiter, die rechts ist, dann muss er ausschauen. Ach, ich muss mir angewöhnen, wie viel, dass ich klicken muss. Oder das, dass ich da bin, dann passt das schon. Ja, ich baue mir heute einen großen Haus. So, das musst du nehmen, ich hab keinen Platz. Dann, ich muss hier ja ne schmacken. Doch, ich werde ja bezahlt dafür, eigentlich ja nicht, der Weiger. Ich baue die Kisten, ne, die hast du. Aber man kann durch den Minecraft-Aufzug auch runtergehen. Ich weiß, es dauert nur länger. Ja. Aber ich kann die Aufzüge nicht unterscheiden. Manchmal zwingend laufe ich sonst irgendwo hin. Wohin? Da hin? Na, und das, was macht der denn da? Ich mach's da alles hin. Ja! Ja, alles, ich mach's alles weg und dann tust du die... Was machst denn du jetzt da, bitte? Ich will das da einfügen und du... Was machst du denn jetzt? Hey, was machst du da? So. Ich will's in die Kiste rein und... Das war jetzt ich. Na, so. Ich. Vielleicht ist das da nicht mehr. Ja, schmeiß halt alles raus, weißt du. So. So, dann haben wir dann hier nochmal zwei Erde-Kisten drin, dann ist es voll. Dann sind das zehn Erde-Kisten, sollte er reichen. Oh, ne, warte, die sind eins falsch. Die sind alle um eins... Ah, ist kein egal, können wir später noch umenden. Die sind alle um eins versetzt, wir müssen noch einen weiter raus, glaube ich. Ne, das passt. Also, hier passt es, aber die passt nicht. Also, wir müssen noch einen weiter raus. Darüber, darüber, darüber. Ich würde dazu tendieren, die Regale aus Holz zu machen. Hier unten oder hier in der Seite auch, kann man ja machen. Ja, eigentlich alles, oder? Ja. Die Wand kam mit der Kompi aus Stein gebaut. Ich hab's ja in der Kompi aus Stein gebaut. Ja, da müssen wir aber verschiedene Holzarten nutzen. Also, dass jeder Gang immer so eine andere Holzart ist. Das ist ja, 3, 6, 1, 2, 3. Sechs Stück, wie viele Holzarten haben wir? Wir haben alle. 1, 2, 3, 4, ja, wir haben ja 6, passt doch. Wir haben ja 6, können wir das machen. Also, die Pfeiler, die Baumstämme sind und der Boden, naja, aber der Boden und so, alles auf dem gleichen Holz ist blöd. Also, nur die Wände. Nur die Wände. Und Deck und Boden müssen wir gucken. Ja, Deck und Boden, also Boden dann aus diesem... Ich weiß nicht, wie das heißt, dieses... Entweder das weiße oder das rote... Stein da, der neue, ich weiß nicht, wie das heißt. Ist ja 1,8. Und der Decke, mal gucken. Mal gucken. Wollen wir das jetzt noch machen, oder? Wir haben da oben noch Kissen. Weißt du nicht, wohin die kommen? Die Kiste. Wir können sie auch erst mal irgendwo hinstellen und dann gucken. Später wohin. Können wir natürlich auch machen, ne? So. War ein Betriebswerk. Keine Ahnung, wie ich jetzt da drauf komme.